Oh, ein paar Camper. Beide müssen ein Powwow abhalten, bevor sie hier Probleme lösen. Die Illuminaten waren vielleicht mächtig auf Solomon Island, aber sie haben das aufgegeben für Reichtum und für das Laster. Klar kann man verschiedene Ziele verfolgen, aber gegen die Finsternis muss man zusammenhalten. Das ist nicht mein erstes Rodeo und ich weiß, für Einigkeit brauchen wir möglich. Ich sag nicht, dass es hier die Hölle ist. Aber bei Westwind kann man den Schwefel schon beinahe riechen. Nur, dass Tod und Nebel vom Meer heraufzogen oder dass sie jemand mitgebracht hat. Wäre ich ein Spieler, würde ich Geld darauf wetten, dass dieser jemand noch da ist. In Kingsmouth haben sich ein paar Überlebende verkrochen. Folgen Sie einfach der Hölle und dem Klang von Schüssen. Dann kommen Sie zum Sheriff. Also, egal warum Sie hergekommen sind, finden Sie raus, wofür die Leute gestorben sind. Und nehmen Sie Rache. Soll ich die Mission an? Soll ich die Mission an? von Jack Bones. Krasser Cowboy. Oha. Zweitens, rausfinden, wie man sie unten hält. Ist nicht richtig, dass die Toten rumwandern. Sie verdienen ihr Grab, wie jeder andere auch. Egal, ich muss hier Wache halten und Sie haben zu tun. Aber Sie könnten unterwegs ein bisschen aufräumen. Ja, finden Sie raus, wie Sie ticken, wie man dieses Ticken stoppt. Dann spendiere ich Ihnen ein Bier mit Apokalypse. Und jetzt los in den Sattel. Das Ende der Welt wartet auf niemanden. Volltreffer. Und da kippt er um. So. Ich komme aus dem Süden. Dem echten, alten Süden. Mein Partner Wolf und ich reiten für eine höhere Instanz. Wenn Sie uns mal kennen müssen, werden Sie uns auch kennen. Aber vorher müssen Sie noch viel über die geheime Welt lernen. Und wenn Sie dann alles gelernt haben, müssen Sie erst mal noch auf. Mach ich natürlich so. Denn ich bin J-Boy. So fängt es immer an. Und ich habe das öfter gesehen, als ich mich erinnern möchte. Die Illuminaten. Ihre Leute haben Sie hier wohl ziemlich vermisst. Sie müssen sich nur mal umsehen. Die Willkommensparade für Sie ist der Wahnsinn. Die Willkommensparade für Sie ist der Wahnsinn. Mein Hammer ist ausgerüstet. Den wollen wir mal... What? Frischer Zombie. Boah, geil. Ich habe ihn brutal weggemetzelt. Voll drauf geklopft. Auf Autos. Ach, da hinten. Oh ja. Na Jungs? Boah. Boah, da wird es aber direkt schon schwerer, ey. Ja, hoff. Was für den da, ey. Nein, ich hab wieder was bekommen. Kann ich mir dafür irgendwas kaufen? Kann ich mir nicht kaufen. Schwinger. Schwinger klingt auch nach einer super Eigenschaft. Benzin-Kanister entzündet. Ja, gute Frage. Wie geht das denn? Wahrscheinlich da hinten ist es so ein Benzin-Kanister oder sowas. Pax Romana. Wie nehm ich das denn? Okay, Doppel-Klick. Ein Doppel-Klick. Und das ist was? Energie-Trink. Also ein Energy-Trink. So, das könnte in der Tat ein Benzin-Kanister sein. Oh, 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 oh. So, entzündet. Auf kommt her, ihr Zoms. Ab ins Feuer mit euch. Flatter Hard. Flatter Hard. Flatter Hard. Super. Aber warte. Ok, hier ist zum Glück noch ein Benzinkanister. So ein Glück aber auch. Oh, jetzt breche ich selber. Welch elendiges Muskel. Oh, super, super. Ist ja geil, ich brenne. Ich kann nichts dagegen tun. Oh, das hatte ich jetzt echt nicht vor, hier drauf zu hinschicken. Oh, jo, ey. So eine Scheiße. Puh, zurück habe ich den Energy-Turn. Ne, also irgendwie muss ich noch was lernen, was die Steuerung angeht. Halbgefressene Leiche untersuchen, ja. Ok. Ok. Die wahrscheinlich. Ok, verstehe. Die Munition auf dem Wagen. Ähm. Alle? Deputy Andy finden, tja. Und was ist mit dem Johnny-Boy-Player da? Ach, dem habe ich ja geholfen natürlich. Kings Mouse entdeckt. Hauptstadt Feeling. Oh fuck. Was ist denn da los? Da rennen die Zombies rein und raus, hm. So wie es denen passt. Ah, ich sehe schon hier. Die Jungs haben alles im Griff. Boah, schnell rein, ey. Cool, die nehme ich gar nicht wahr. Oh doch, oder? Boah, ja jetzt. Den gebe ich an den Paddel her. Du kriegst einige Porn. Du musst ein bisschen XP sammeln. Sag ich mal. Vor. Vor. Und nochmal. So. Ich gehe mal hart davon aus, dass... Weißt du das? Überlebende... Salmon Country. Oha. Oh, bin ich froh, dass ich in Sicherheit bin. So. Ich bin in Sicherheit. Ihr auch. Der Beauty Andy wird wahrscheinlich irgendwo hier an der Polizeistation rumlaufen. Wir erfahren, was in der nächsten Folge von Jay zockt. Das ist der Secret World. Macht's gut, euer Jay von jayzockt.de. Ciao, ciao.